Jo Leute und damit willkommen zurück zu Spark's Challenge Immer noch mit dem Flash Der immer ja sagt Ja Weil er das nicht besser kann Ja Er kann auch sagen Oh ist das geil Oh man Was die Leute von uns denken müssen Obwohl ich ein ganz gutes Resultat habe ich immer bekommen Muss ich sagen Ja, weil die meisten sowas lustig finden Oh ja Wenn man an einem rumalbern ist und alles Oh, schlägt mal Oh, schlägt mal Holz Hast du etwas Holz für mich? Ne, hab ich nicht Hab ich noch ein bisschen Wolle, ne Ich hab Fäden, aber Ne, ich hab Vicky Erstmal die großen Kühe schlachten Hab ich denn irgendwie eine Schere? Hab ich hier doch auch nicht Oder? Boah, in welchem Land lebe ich eigentlich? Hier keine Schere Start Ja, ist geil Ich hab drei Kühe geschlachtet Und ein Leder rausbekommen Uh Das ist gut Und es wird dunkel bei mir Konnte man die Kleinen nicht jetzt für dann, dass sie wachsen? Weiß ich nicht Hi, also Wo hab ich meine Schafe? Ach ja, meine Schafe hab ich da hinten Oh, verdammt Angel Komm, ich verzauber die einfach mal mit ein kleines Level Ist egal Ist egal Ich hab jetzt Halbbarkeit 2 drauf gehabt Was haben wir drauf? Halbbarkeit 1 Ja, du, was hast du verzaubert mit wieviel Leveln? Acht Ich hatte glaub irgendwie 9 oder so Ja, aber ist egal Ja, das ist wie gesagt Ja, das ist wie gesagt Ich könnte gleich auch eine Runde angeln Ich brauch ja nur noch drei Fische Angel, Angel, Angel Obwohl, ich kann mir Ich kann mir Wolle machen Ich hab hier Fäden Oh, was? Mhm Oh, was? Ja, Leute Leider muss ich noch weiter angeln Weil mir immer noch Der blöde Clownfisch fehlt Oh, den hab ich schon Soll ich dir den geben? Haha Ich weiß gar nicht Ob man das hätte machen können Auf dem Server zu spielen Ja, nee Das wär natürlich geil gewesen Ja Wenn die Ringe mit drin gewesen Wurde, wär das geil gewesen Ja Dann hätten wir das natürlich gemacht Ja, das wär lustig geworden Aber nicht gegenseitig helfen So meine So nicht Nein, das nicht Reicht man den Inventarplatz? Nur so, dass wir uns zwischendurch mal Vielleicht über den Weg laufen Oder so Ja, das wäre vielleicht möglich gewesen Ein Bett mitnehmen Schwert Das wäre wahrscheinlich noch geil gewesen Ja Oh Alter, wie viel Essen Ich hab das unglaublich Nur durch dieses Plünderungsschwert Was mir leider ja abhanden gekommen ist Warum auch immer Keine Ahnung Ich weiß das nicht Keine Ahnung Ich bin ja gestorben Mit meinem Superschwert Hm Du hast auch nicht gesehen Ich hab ja auch keinen Bogen Ach, kein Kein Kompass mehr Der ist ja auch weg Oh Verdammter Mist Tut mir aber auch gar nichts leid So hab ich schon klar Geil, neuen Kompass machen Hier Cobblestone Braucht doch keinen Arsch mit So Ja Ist halt so alles, ne? So Ich werd jetzt auch ne Runde angeln gehen Ja, das dauert aber so verdammt lange, ne? Weiß ich nicht Hi Skelett Danke Skelett für die Knochen Ach ja Ach ja Ich werd wohl ein bisschen weiter weg gehen Ich hab ja Kompass mit Das heißt Einen Augenpunkt werd ich wiederfinden Obwohl Mach scheiß aufs Angeln jetzt Kann ich auch später alles noch machen Hä, Skelett, wie kannst du? Aua Boah Boah So Die Diamanten los weglegen Fisch Ne, Hauptsache mit sterben Ein Oder Ja Ein Fisch lasse ich hier Knochen Fünf Stück habe ich davon. Ja, ist ja egal. Ähm, fucken. Nimm ich mal ein paar mit. Da kommt. Weizen lasse ich hier. Vieh schließt, Vieh schließt. Da kommt was. Was habe ich denn da? Ja. Der Rohrlachs habe ich schon mal. Okay. Ich glaube, ich kriege gleich alle Fische zusammen. Das Bett, wo haben wir denn das Bett? Ähm. Bist du nicht damit gestorben? Ach, ich sehe gerade, ich habe noch fünf Bücher. Ich kann auch Bücher regal machen. Ey, Centos. Ich habe jetzt schon den roten Lachs, den Kugelfisch und den Clownfisch. Arschloch. Er ist so ein Arsch. Jetzt fehlt da noch der normale Fisch. Den hatte ich letztes Mal gebraten. Das ist natürlich blöd gewesen. Da ist das Bett. Ich finde die Animation so geil. Komm. Zack, Eisen. Haben wir denn hier noch Eisen drin? Nein, 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 nein. Da haben wir noch was zum Futter drin. Gut. Nehmen wir das auch noch mit. Beißt an. Ähm. Eisen. Da. Da noch. Zehn Stück noch zum Braten. Jackpot hat alle vier Fische. Oh, du Penner. Könnt ihr mal haten gehen, Leute? Nein. Das wäre heftig, wenn ich das wirklich machen würde. Echt. Boah. Siehst du dann so 20 Dislikes? Hm. Woher kommen die wohl? Ja, das war jetzt aber nur ein Scherz, Leute. Nein, mach das ruhig. Jede Bewertung ist eine gute Bewertung. Ist ja alles immer positiv. Du meinst, jeder Aufruf ist ein Aufruf, ne? Ja. Wie Eisen-Golem? Wie bist du aus diesem Ding rausgekommen? Das frage ich mich mal ernsthaft. Jetzt ist mein Eisen-Golem aus dem Gatter. Habe ich mir nicht letztens nochmal einen Schnee-Golem gemacht? Ne, ne? Doch. Ne. Ich meine doch, klar, du hast einen gemacht. Ja, aber, ne, ne. Ich meine einen zweiten, aber hatte ich ja nicht. Ne. Ach so, dann kann ich das Ziel ja abhaken. Da war ja was. Ziel 25. Er ist ein Arsch, Leute, echt. Folge 22, nice. Alle Fische und ich kann noch nebenbei ein bisschen angeln. Oh, ne, Fisch, geh wieder in die Truhe rein. Ab da rein. So, zack. Nee. Ich glaube, ich mache mir noch zwei Eisenschwerter. Ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt mit dem ich ein paar Hunde suchen, oder vielleicht ein paar Dschungel oder so. Dschungel, Katzen, Miezen, hast du nicht gesehen? Das Dierschwert will ich nicht so wirklich verbrauchen. Ich habe auch nur ein Eisenschwert mit. Na, ich glaube, mehr brauche ich auch nicht. Will ich hoffen. Ja, ich habe ja einen Dierschwert, aber trotzdem. Sonst muss ich halt in den Höhlen gehen, ein bisschen arbeiten. In die Mine. Zack. So. So, nochmal vielleicht einen Fisch mitnehmen. Kettenhemd oder Heilenrüstung. Ob die Katzen auch die anderen Fische nehmen? Müssten ja normalerweise, ne? Normalerweise, ja. Ich angle jetzt mal. Boah, das müssen wir auch geändert haben. Ich habe eine Wasserflasche dabei. Aus trinken. Wow. Ja, das fehlt eigentlich noch so mit Wasserflaschen, ne? Ja, weil so brauche ich wenigstens nichts machen. Also, keine Flaschen machen. Aus Glas. Na gut, das ist ja nichts. Mit dem Braun ist ja nichts. Muss ich auch noch eine Festung suchen. So, ah. Die Angel, die... Ja, die kann ich mitnehmen. Da kann ich zwischendurch mal angeln gehen. Kugelfisch. Unterwegs. Ja, ich habe jetzt einen Kugelfisch mitgenommen. Ja, ist nur zum Essen, aber ich habe 21 Schweine-Steaks mit. Boah, 27 sind wir jetzt. Ja. Na, ich habe bei mir 23, 24. Habe ich denn irgendwo noch einen Bogen? Ne, natürlich nicht. Zack. Zack. Boah, ich habe nämlich Pfeile. Ja, du bist so super ausgerüstet wie ich. Ja, aber je mehr du mitnimmst, desto weniger Slots hast du frei. Na, das ist auch immer so. Ja, so viel nehme ich ja nicht mit. Was hast du jetzt? Geht ja noch. Na, ihr Schafe. Ihr nervigen Schafe. Ähm. Lauf, 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 lauf. So. Bräuchte noch Kühe? Leder habe ich eigentlich. Könnt ihr aber... Leder ist umgekehrt. Komm, ich schlachte die mal vorsichtshalber. Ich bin, um einen blöden Bogen zu bauen. Ab und zu schaffe ich das. Ja, ab und zu schaffe ich das gleiche und manchmal auch nicht. Ach komm, ich zauber den Bogen mal. Mal gucken, was ich draufkriege. Och, Kuhnerv nicht. Jetzt bleibt halt da. Klick, 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 klick. Komm, Fleisch nehme ich auch nicht mit. 10, 14, 10, 10. Ja, mach doch wenigstens 30, damit du Unendlichkeit bekommst. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Cento steht bei dir eigentlich nach unten, diese Halbbarkeit, wo ich dir gesagt habe, mit F3H halten. Ja, ist angeblieben. Ja, den bleibt doch an. 11. Das ist nämlich den schönen Vorteil. Ja, das ist mir eigentlich egal, was ich jetzt zur Zaubert kriege. Hä? Weißt du, was ich jetzt gefunden habe? Ich habe eine Steinspitzsacke, einen Bogen, ich habe Kürbiskerne gefunden. Ja, du bist da gestorben. Bin ich hier gestorben? Und du weißt doch, wenn der Schrank nicht geladen wird, dann bleibt das. Gut, das brauche ich nicht mitnehmen, das brauche ich nicht mitnehmen, die Wolle brauche ich nicht, die Kürbiskerne habe ich. 10, 10, 10. 13, ach komm, Haltbarkeit 2 und Stärke 2. Ja gut, das ist ja, das ist ja okay. Ja. Man, die Spitzsacke, die lasse ich nicht. Die wird ja auf 30 leveln. Ne, die ist ja fast im Arsch. Ach so, okay. Obwohl, die kann ich trotzdem mitnehmen, weil die fast kaputt ist. Die ist bei dir fast im Arsch, äh. Äh, das ist ja so gemein zu mir. Oh, einige doll nicht rum. Doch. Ich habe keine Spitzhacken mehr, ne? Ich muss aushändeln mit dem Essen. 20 Steaks noch. Ach, warte mal, da oben habe ich auch nochmal 7 Leder drin. 8 Leder habe ich noch. Ach so, hast du noch nicht alle Bücherregale? Ne. Das ist natürlich schlecht. Weißt du doch. Dafür hatte ich ja meinen Vorteil, ich hatte ja schon alles. Zack. 8 Bücher. Achte, kannst das Ziel ja immer noch nicht abhaken. Ne. 10 Stück habe ich jetzt an Büchern. Musst du mir nochmal ein bisschen mehr Holz holen. Und da habe ich meine Achse weggetan. Ja. Ist ja auch nervig abzubauen, ohne Timbermott oder irgendwas anderes. Ja. Na ja, was soll's. Das ist unglaublich. Seid so. So. So, dass wir hier ein bisschen langköpfen. Ich dachte schon, wir werden drüber, aber sind wir noch nicht. Ne. 10 halb Minuten noch. Ach, 10 halb Minuten. 5 Minuten noch, ungefähr. 4 Minuten noch. Ungefähr, ungefähr. 4,15 noch. Mit dieser Klugscheißer hier. Hm. Besonders wie du, ne? Du bist ein Klugscheißer. Du. Bist ein Stinkfisch. Nein, ich habe einen Kugelfisch dabei. Da ist ein Sumpf. Ein Sumpf ist aber uninteressant. Trotzdem bist du ein Stinkfisch. Nee, nee. Doch. Nee, 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 nee. Doch. Nee, nee, nee. Diese Diskussion sehe ich hier nicht ein. Findest du? Ja, finde ich. Oh. Oh, hier ist ein Lerber. Da geht es nach unten. Da will ich aber nicht rein. So, drei Bücherregale dazu. Man hätte eigentlich noch ein Hexenhaus finden sollen. Eindeutig. Mhm. Findest du? Ja. Oder finden sie alle Blumensorten? Ja, ist klar. Ich habe alle. Also nur von daher wäre ein gutes Ziel geworden. Wow. Na dann. Ich habe mir doch noch eine Eisenspitze gemacht. Mein Gott, ey. Da war gerade eine Spinne. Das kann natürlich was Gutes sein. Bye, da man. Was ist denn hier unten? Hier sind Schafe, ne. Geronimo. Ich glaube, in dieser Folge schaffe ich das gar nicht mehr los zu laufen. Doch. Oh. Ich laufe schon los. Halbwegs. Ähm. Angeln nehme ich mit. Den Bogen. Du angelst dir. Dein Kleinmann. Schaufel habe ich dabei. Spitzhacken habe ich dabei. Swisshacken. Wer hat da? Hast du Spitzhacken? Axt. Die kann ich hier lassen, brauche ich nicht. Wett habe ich dabei. Pfeile habe ich. Bei mir wird es recht wieder dunkel. Messen. Ja, bei mir auch. Dann lässt sich es gut munkeln. Oder nö, das dauert noch ein bisschen weg. Blaue Blumen. Gut, Tür zu. Oh, blaue Blumen. Blaue Blumen. War aber schon ruhig hinrennen. Blaue Blumen. Gönnigen Essen habe ich dabei. Das ist der Flower Song. Ja, der blaue Flower Song. Der macht Power Song. Ja, klatsch. Nein, Leute, hier haben wir irgendwie ein Komplex weg. Aua. Ah, du hast einen Komplexen? Bist dumm im Kopf, ja. Nein. Doch. Nein. Bauen wir mal auf mein Boot. Nein, ich bin nicht dumm im Kopf. Dann ist ja gut. Ich denke halt nur an das. Wie immer. Wir können auch nicht sleep at night. Oh, da war ein Höhlengeräusch schämt. Das ist natürlich Judy. Da muss eine Höhle unter mir schlafen liegen. Schlafen liegen. Schlafen liegen. Man kann nicht gar nicht mehr scrollen im Bett. Das ist natürlich jetzt auch blöd. Wettbewerb weiter geht's. Oh, ich hasse das. Kein Optifine drauf. Bei mir spackt das vor rum. Damit es wieder bei dir gritschen kann, damit du wieder Chunks hast, die nicht geladen werden. Ist schon klar, ja. Ich verstehe deine Situation. Ich will ja, dass das alles ordentlich lädt. Ja, aber komisch, dass es bei dir nicht lädt. Oh, ich habe Centus gefunden. Ich habe hier ganz viele Esel gefunden. Ha, ha, ha. Du bist Arsch. Du bist auch so ein kleiner Esel. Boah, wie kann... Muss man da irgendwas noch drücken? Oder muss man da nur draufbleiben? Ich muss draufbleiben. Das ist mir zu blöd. Ohne Witz, ich glaube, das wäre das aggressivste Ziel, was ich jemals habe. Da ist ein Pferd. Na, Pferd. Na, du Nudel. Boah, das ist nervig, wenn er nicht ordentlich liegt. Woher sehe ich denn, wie lange ich da noch für brauche? Boah, bis er dich lieb hat. Na toll, ich glaube, der wird mich nie lieb haben, weil ich aggressiv... Bis der Herzen auftauchen. Ah, da war irgendwas. Okay, sonst brauche ich nur noch einen Sattel. Ich fahre gerade übers Meer. Ich dachte, die Meere sind kleiner geworden. Nee. Boah, wie viele Pferde hier sind. Das ist natürlich geil. Was, da sollte doch keiner geworden sein. Nee. Doch. Ja, weil jetzt dieses Beins und Plenty mit drin ist. Das heißt, mittendrin tauchen dann so komische Vulkane auf oder beziehungsweise so riesen Berge. Oh, 15 Minuten. Wir müssen beenden. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.